Sagt mal, läuft die Kamera schon? Ah, hallo, Hallöchen, ich bin's mal wieder, viele Grüße aus Berlin. Naja, ein paar Monate sind ja vergangen seit meinem letzten kleinen Text, den ich hier umgetextet habe auf meinen Chanson. Da draußen passiert ja so viel, man kann ja quasi jeden Tag was Neues texten. Aber ich habe die Zeit hauptsächlich genutzt, um mich ein bisschen schöner zu machen. Guckt mal, ich habe neue Augen, ich habe auch Make-up-Artists engagiert für mehrere tausend Euro. Ich dachte mir, wenn die Damen in der Politik so schön sind, dann muss mir das doch auch gelingen. Aber ich bin ja nicht wegen der Schönheit hier, sondern um ein Chanson zu singen. Und wenn ihr bereit seid, dann bin ich auch bereit. Knacker und Cracker, Version Nummer 3. Uli, kannst du mal bitte die Jukebox andrücken? Das ist die A4. Ja, richtig. Und wenn's los geht, dann geht's los. Alles überschlägt sich, rette sich, wer kann. Doch wo du jetzt umhin willst, nur jetzt kommst du an. Nach drei fiesen Jahren, Lofen immer mehr gebückt. Die Last der Erkenntnis hat manchen schon zerdrückt. Belogen und betrogen, dass sich die Balken bogen. Wer schweigt, der stimmt zu. Wer braucht noch ein zweites Rendezvous? Links und rechts wie Schwestern, Entschuldigung sind von jästern. Diskussionskultur passé, wo ist mein Geld im Portemonnaie? Und wir sitzen da. Alles wird teurer und teurer und teurer. Doch wir halten uns ganz wacker. Alles überschlägt sich und das von Land zu Land. Der Umbau hat begonnen, das wird oft nicht erkannt. Zum Beispiel Thema Waffen, die nun Frieden schaffen. Durch und durch ein Pazifist, doch, das gilt heut als Mist. Ein unsichtbarer Maulkorb hat die Masken längst ersetzt. Passt auf, Mensch, was du sagst, sonst wirst du noch verpetzt. Denn Frauen in Politik dulden keinerlei Kritik. Unerbittlich feminin wirkt so manche ganz schön maskulin. Und wir sitzen da. Knabbern ein paar Kräcker. Zwischen all den Regeln und Verboten, da schmecken die ganz lecker. Und was sagt die denn zur Berlin-Wahl? Da, Mensch, die müsste ja endlich gleich wieder stattfinden, wa? Kicken wir mal, was da raus wird. Ich fürchte, alles bleibt beim Alten. Ja, Alet überschlägt sich. Ein Aquarium ist geplatzt. Verachtung macht sich breit. Denn Alet ist stark angekratzt. Doch Grün ist jede Farbe. Grün ist stets korrekt. Ja, Grün ist unantastbar. Grün ist einfach stets perfekt. Und wir sitzen da. Mit Stil und Kontenance. Und mit glühenden Synapsen bleiben wir in der Balance. Ich danke euch. Macht's gut. Tschüssi. Kameraausflug sagen, wa? Danke. Ciao. Bis bald.